Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich bin ein Spätzünder in Sachen New Technics und ein Orthonormalverbraucher. Es ist mein erster Flatscreen, aber ich dachte, wenn, dann will ich auch etwas Vernünftiges haben. Also verbrachte ich des Öfteren ein bisschen Zeit im Fachgeschäft, verglich die Bildqualitäten der Ausstellungsstücke und ließ mich beraten. Der weiße, edel anmutende Panasonic stand mit seinen 40 Zoll bei den größeren Newcomern mit dabei und mein Augenmerk fiel auf diesen. Ich probierte so einige Bildfunktionen aus und das scharfe Bild erschien mir schon im Geschäft im Vergleich sehr gut. Ich sah zum Beispiel die Tagesthemen im Vergleich zu alten Schinken, die gerade liefen und bemerkte die hochwertige Auflösung bei der neueren der VBT1-Ausstrahlung. Speziell Tier- und Naturbilder, bei denen Details und Farben sehr gut rauskommen sollen, warfen sehr eindrucksvolle, klare, schärfe Bilder auf den Schirm. Die Bildschirmqualität war mir absolut wichtig und ist bei diesem Gerät gegeben. Weitere Kriterien waren, der VBT2, um bei der späteren Umstellung von der VBT1 gerüstet zu sein Full HD, im Gegensatz zu HD Ready HZ, 200 Energieeffizienzmontage. Ich dachte, daran wird's erstmal scheitern, wo ich ab und zu mitbekam, wie man stundenlang vor neuen Fernsehern sitzt und die Montagen nicht hinbekam, aber zu meinem Erstaunen lief das Ding nach 10 Minuten, automatischer Sendersuchlauf brauchte wenige Minuten. Zusatzeinstellungen, sehr gut gefallen mir die zu für den Bildschirm und das Bild bezüglich Farben, Helligkeit, Schärfe, Größe u. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.